Irgendwie ist das geil. Ja, oder? Wir müssen Versteckspielen. Jetzt werden wir aufregend. Feuerleiter. Feuerleiter. Das. Schatz, ganz kurz. Guck das mal an. Das ist Unsatt. Ja, das ist Unsatt. Kannst du das eigentlich in deinen Kopf kriegen? Total verrückt, ne? Ich hab ja gedacht, dass wir uns ein bisschen übernehmen damit, aber das stimmt gar nicht. Das ist genau unser Ding. Wir haben unser Ding gefallen. Wir haben unser Ding gefallen. Und das Beste ist, es läuft gerade einfach alles perfekt. Es ist wunderschön, wie es gerade ist. Und wir sind glücklich. Und wir sind glücklich. Und ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Du bist füß. Mhm. Mhm. Sorry, die Störung. Aber es kommt gleich eine große Reisegruppe. Ich glaub nicht, dass ihr Bock auf so viele Zuschauer habt, oder? Ja. Danke für die Info. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Ja. Aber willst du nicht noch den Partner wegstellen, wenn die Reisegruppe kommt? Das ist doch Unsatt. Natürlich bleibt das Platz nicht gestehen. Ja. Seit Marc und ich unser Leben geändert haben, läuft es wieder richtig gut zwischen uns. Ich weiß auch nicht. Das Hostel, die neuen Aufgaben, das neue Leben. Und irgendwie macht mich das richtig an. Mann ey, Maika hat doch gesagt, Marc muss hier irgendwo sein. Vielleicht können wir ja endlich da weitermachen, wo wir vorhin aufgehört haben. So, Alona, dann sag ich mal willkommen auf der ersten Etage. Marc, es wäre ein Glück von dir, dass du mir hilfst. Ja, klar. Kein Problem. Das ist hier bei uns im Hostel als inklu. Alles inklusive. So ist das also. Ja. Hi. Hi. Gut, ich zeig dir mal eben das Zimmer. Ja, gerne. Das ist hier einfach der Flurrechtswohner. So. Dann komm gerne einfach mal mit. Ja. So, da wären wir dann auch schon. Ohne dich hätte ich's nicht hergefunden. Dafür bin ich ja der Geschäftsführer, ne? Ja. Dann zeig ich dir alles. Soll ich dir mein Zimmer zeigen? Das kenn ich ja schon. Aber nicht mit mir. Ach so. Ja. Kannst gerne mit reinkommen. Also ich bin verheiratet. Du bist verheiratet. Du fängst an zu stottern. Ja. Wirst du nervös? Ich würde sagen, ich bring dir noch die Koffer rein. So. Danke. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Aufenthalt. Ich danke dir. Danke. Tschau. 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 Hab ich das gerade richtig gehört? Hat die sich Marc gerade angeboten? Ja gut, ne? Marc ist ja auch ein attraktiver Mann. Endlich. Kommen Sie rein. Hast du duschen da? Nachdem ich so ignoriert worden bin und so behandelt worden bin von Ihrem Zimmer-Service, also es ist jetzt das Mindeste, dass Sie das wieder gut machen, ne? Ach so. Ich möchte mich natürlich in aller Höflichkeit bei Ihnen entschuldigen. Unser Four-Friends-Hotel ist eigentlich dafür bekannt, da das schon den Kunden alle möglich macht hat. Das ist mir egal. Was können Sie mir geben? Die Entschuldigung reicht mir nicht. Ich könnte Ihnen eine ausgiebige Einweisung ins, ins Bett, ins Boxspringbett. Sie haben gar kein Boxspringbett, aber Sie können es mir trotzdem zeigen. Ja, das ist alles super hier. Super stabil. Alles richtig clean und eins. Ah. Entschuldigen Sie, wie sieht es denn hier aus? Wahrscheinlich hat das Housekeeping einen Fehler gemacht. Das Zimmer wurde mir nämlich als bezugsfertig angezeigt. Wir machen es so. Wir gehen raus. Ich schau mal kurz nach dem Housekeeping. Sehr. Ihr Wagen steht doch da vorne. Wahrscheinlich ist sie nicht fertig geworden, ne? Schon nach dem Housekeeping. Sie warten auf mich da vorne am besten und Sie bekommen sofort einen. Sieht hier weg. Nimm weg, zieh sie dann, zieh sie dann, zieh sie dann. Zieht die, was dann? Zieht die weg? Komm mal bitte nach. Ja. Der Blattraum für Nussstecken. Kann man beherrschen? Ich hab nicht sie halt weg. Gib mir mal meine Schuhe. Wir müssen den Weg, bevor der Schusch wiederkommt. Ich hab jetzt keine Zeit für. Komm jetzt! Wir gehen erstmal hinter die Mauer. Was machen wir jetzt? Irgendwie ist das geil. Ja, oder? Das ist ein Versteckspiel. Das ist ja mir aufregend. Feuerleiter. Feuerleiter. Das? Okay. Warum? Boah, ey. Wir hatten gerade so geilen Sex auf der Feuertreppe. Das klingt für mich wie 15, ey. War cool, oder? Voll aufregend. Ja. Ich hoffe, uns hat keiner gesehen. Quatsch. Und außerdem ist unser Hostel unsere Regel. Wir können machen, was wir wollen. Trotzdem. Hey, was ist passiert? Ja, es hat eine Beschwerde gegeben. Beschwerde? Ja. Das sind unsere Kollegen, die in der Berichtung. Ah, so. Okay. Ich weiß Bescheid. Ja, folgende Situation. Wir haben einen anrufenden, besorgten Bürger bekommen. Und zwar ging es wohl um eine sexuelle Handlung zweier Personen auf der Feuertreppe. Das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses. Es steht eine Straftat da in dem Moment. Darum sind wir hier. Mein Kollege ist gerade draußen. Der schaut sich da noch mal um. Ist Ihnen denn irgendwas aufgefallen? Haben Sie irgendwas gesehen oder mitgekommen? Nein, nein, nein. Habt ihr irgendwas mitgekriegt? Gar nichts. 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 Wir waren gerade Pause machen und was einkaufen. Okay. Also der Nachbar hat das gesehen? Ja, das ist der Nachbar. Der hat eine sehr gute Sicht direkt auf die Feuertreppe. Der konnte das sofort sehen. Der Mann war aber so schockiert gewesen. Er konnte leider keine Beschreibung abgeben von den beiden Personen, die da ... Das ist sowas Leichtsinniges aber auch am helllichten Tag. Total. Mitten hier. Bei uns im ... Okay, gut. Wenn Sie dazu keine weiteren Angaben machen können, dann ist für uns die Sache erstmal erledigt. Vielen Dank, dass Sie ... Tut uns Zeit auf jeden Fall. Wir können schauen, dass sowas nicht mehr passiert. Ja. Wenn noch mal was sein sollte, Sie wissen, Sie müssen uns erreichen. Ansonsten kommen wir mal auf die Zuge. Okay. Vielen lieben Dank. Danke. Schönen Tag. Auf, danke. Tschüss. Tschüss. Ja. Als wäre der Nachbar jetzt so traumatisiert, weil der zwei Menschen mal einen Sex beobachtet hat. Ich weiß ja nicht, wer da Sex hatte, ne? Voll doof, ey. Ja. Auf jeden Fall ein komischer Tag, ey. Ich hatte erst ein Zimmer, was nicht so aufgeräumt war. Ja, klar. Da wäre er im Zimmer nicht aufgebaut? Warum denn ein Zimmer nicht aufgebaut? Ja, ich wollte einen einchecken und dann war das Bett irgendwie nicht gemacht oder ... Irgendwie total durcheinander und jetzt Sex an der Feuertreppe. Keine Ahnung. Aber um das Zimmer können wir uns weg. Ja, genau. Wir machen, pass auf, wir machen das Zimmer sauber. Ich kümmere mich auch ins Housekeeping, weil das ist eigentlich dein Job. Eigentlich aber auch total ungünstig, weil ich muss mit dir noch ein paar Mails durchgehen. Da gab es irgendwie von der Druckerei Probleme mit dem Logo. Keine Ahnung, ob was einem Artwork geändert wurde. Dann mach ich das einfach alleine. Nein, 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 lass mal. Ich mach das mit dem Zimmer. Ich war ja vorher schon oben. Ja. Ja. George, weißt du, welches Zimmer das war? Genau. Cool. Marc kann dir auch helfen. Nein, ich mach das alleine. Alles gut. Alles gut. Wir sehen uns später. Kommst du mal einmal, Jule? Ich guck mich noch oben. Vielleicht sehe ich ja was. Ja. Cool. Hier, Jule, pass auf. Wegen den Flyern, die du… Ich trage sogar kein BH. Nein. Muss ich jetzt nur, wenn ich eine Frau bin, einen BH tragen oder was? Nee. Die Frauen in Paris tragen auch keinen BH. Das ist modern, Maike. Müssen sich mal ein bisschen anpassen. Fühlt sich gut an. Ja. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Sexy. Okay. Ich will mit dem Housekeeping echt noch mal ein ernstes Wörtchen reden. Nee. Ich mein, das geht doch nicht. Nee. Da kommen Gäste hier hin, die erwarten ein sauberes Zimmer und dann ist das ganze Bett zerwühlt und sowas. Also irgendwie macht mir das auch Sorge, oder? Keine Ahnung. Also… Ich finde es auch so ein bisschen gruselig, dass das alles so nah aufeinander passiert. Nicht, dass man hier irgendwie, ja, Einbrecher hat oder sowas. Das wäre natürlich dann auch echt so eine Nummer, die nicht… Mädels, guckt mal, was das Housekeeping gefunden hat. Oh. Da hat jemand mächtigen Spaß gemacht. Boah, also George, dass du dich mal direkt wegschmeißen. Nein. Warum wegschmeißen? Lass das mal hier. Nicht, dass da irgendwelche Flüssigkeiten draus sind. Das ist doch wirklich. Nee. Nee, ist nicht. Ich mein, ich pack das in die Lost-and-Found-Box, guck, wer das Zimmer gebucht hat und lass das zukommen. Das ist auf jeden Fall korrekt. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, das kannst du doch der Frau nicht antun. Warum denn? Das ist doch… Kannst du nur einen BH. Ja. Ja, deswegen ja. Vielleicht denkt die sich so, um Gottes willen, dann ruft mich irgendetwas Fremdes an und spricht mich darauf an und dann will sie den lieber weg haben. Ich meine, wenn sie den wirklich haben will, ja, dann wird sie schon von alleine kommen. Dann wird sie schon danach fragen. Ja, okay. Ich pack das mal in die Lost-and-Found-Box und dann schauen wir weiter. George. Warte, ich komm mit. Ist okay? Ja. Oh mein Gott. Das war gerade so knapp. Aber es ist nochmal gut gegangen. Das kann doch nicht sein. George hat doch gesagt, er hat das in die Kiste getan. Was hat doch gerade die Kiste durchbrüht? Wenn ich sage, der… Hey! Na? Ja. Was macht ihr denn da? Nix. Wie nix. Sucht ihr was? Nee. Was sollen wir denn suchen? Das hier vielleicht? Ah. Ah. Mh. Ah. Ich hab gedacht, nachdem du eben so ganz, ganz komisch reagiert hast, haben wir mal eins und eins zusammengezählt und haben herausgefunden, dass ihr das gewesen sein müsst mit dem Zimmer hinten. Mhm. Und ich hab im System nachgeschaut und mit dem Housekeeping geredet. Das Zimmer wurde seit der Eröffnung nicht vergeben und ich hab selber alle Zimmer gecheckt seit Tag 1. Das kann also gar kein Gast gewesen sein. Ja, okay. Es tut uns leid. Ja, aber ey, komm schon. Besser in einem Zimmer als in unserem Auto vor dem Husten. Das stimmt. Und auch besser in einem Zimmer als auf der Feuertreppe, wo ich die Nachbarn sehen kann. Ah. Ja, komm, das waren wir jetzt wirklich. Das waren wir auch, ja. Ei, aber wir wussten nicht, dass der Nachbar da einen direkten Einblick zu hat. Ja. Und dass wir den damit traumatisieren würden und dass er die Polizei dann ruft. Ja. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen peinlich. Das tut uns leid. Ah. Es tut uns leid. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass das so nicht mehr funktioniert auf beruflicher Ebene, dann können wir das verstehen, weil es super unprofessionell war. Und ja. Leute, ihr könnt so viel sexy time machen, wie ihr wollt. Es ist mir egal. Und alles auseinandernehmen. Als nächstes mal nur ein bisschen diskreter. Keiner von uns hier hat Bock auf die Bullen. Nope. Und nein, wir bereuen es nicht mit euch zusammen, hier das Hostel zu führen. Können wir so verbleiben? Ja. Cool. Ja, natürlich. Doch keinen Bock auf Freiheit. Sam? Was kann ich für dich tun? Ist irgendwas passiert? Mr. Lover, lover, yeah. Was soll ich dir sagen? Als ihr da reingeplatzt seid, da stand ich nackig im Schrank. Digga, ein Schritt weiter nach vorne. Einen Schritt weiter nach vorne. Jetzt meinet los. Hey, wir brauchen uns doch. Mein... Hey. Riko, geh einfach, bitte. Du bist doch meine Queen. Riko. Ich hab dir alles bezahlt. Und das ist der Dank, oder was? Ich bin jemand, der Drogen, was ich hier der Tasche hat. Ich weiß nicht, zu was der fähig ist. Der weiß nicht, wo wir wohnen. Habt ihr die in Deutschland vielleicht gesehen? Die mit dem pinken Haar und das ... Warte mal jetzt. Okay, aber komm, wir gehen. Nein, 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 warte, warte, warte. Dieses Hostel hier hat den allerbesten Koch, den ihr jemals gesehen habt. Ecke. Ja. Warum sagst du uns das nicht direkt?